Möchten wir das Zweite auf einem zweiten Feld überzeugen. Es wurde vieles vorbereitet, dass es weiterführen zu gilt. Hierbei denke ich insbesondere an die Jugend. Denn unsere Jugend, unsere Jugendlichen, egal in welchem Bereich, sind unsere Zukunft. Jugend, egal ob weiblich oder menschlich, weiblich oder männlich, braucht Infrastruktur. Deswegen unser eben genanntes Jugendzentrum. Jugend braucht Organisationen. Deswegen streben wir an, einen e.V.-Geschäftsführer einzustellen, der die Jugend und den e.V. strukturiert, organisiert und in diesem Bereich an vielen Feldern Verbesserungen bewirken kann.